Das muss die letzte sein, das ist immer die letzte. Das ist ja gar nichts. Das ist der full dog. Das, der klingt ja echt wie ich. Ich dachte gerade für die ersten Sekunden... Jetzt hast du recht. Ich dachte gerade für die ersten Sekunden, du hast echt ein Video von mir angemacht. Ich auch. Ich auch. Und wie viel ist es bei euch schon ausgemalt? Bei mir ist es eher fast ausgemalt. Bei mir ist Klient wirklich startet. Ja, bei mir auch. Jetzt. Jetzt. Wir haben euch gleichzeitig... Was ist cool da? Trennen wir uns gerade wirklich alle? Hallo Leute? Ich bin nicht so gut in Trennung verkraften. Nein, nein, nein. Komm schon. Sch*** und solche Idioten. Wir spielen Hardcore Survival. Müssen auf uns gegenseitig aufpassen. Ja, ihr steht mir nur im Weg, wenn ich in Speedrun will. Ich frage mich, wann der erste Mutant kommt. Wo bin ich, Mann? Ich bin auf einer neuen Map. Ich bin echt in der Case gelandet. Wir sind in der neuen Map. Hey. Nee. Wir sind nicht in Minecraft. Oh, nö. Es donnert. Lass umarm. Ich habe alles. Oh, ich bin schon schockiert. Oh, scheiße. Boah, bist du gemein. Ich sehe da hinten nur die... Ich habe es gesehen. Ich sehe da hinten nur so ein Licht runterstürzen. Weil du dein Ding an hast. Ja, das war ich. Ja, das habe ich nicht. Nein! Super, Max. Das hast du super gemacht. Dreh dich mal um, Yakuzy. Achso. Boah, ganz easy. Er baut... Er baut hier einfach ein Ikea. Das ist... Die Fläche ist aber auch recht doof. Wir sind hier überhaupt keine Bäume. Also, ich meinte schon, aber hier ist halt... Die Fläche ist mehr so eine Devise. Devise. Der Ficker. Achso, du fasst jetzt, meine. Hä? Was ist du denn? Hä? Ja, der ist kaputt. Das ist alles. Das klingt, als würde er irgendwie aus einer Tasse trinken mit einem Löffel drin, aber er zittert richtig stark. Ja, das klingt, als würde er in der Tasse trinken mit einem Löffel drin sein. Ja, das klingt, als würde er in der Tasse trinken mit einem Löffel drin sein. Okay, ich bin ganz kurz weggewachsen. Hey, ich hasse es. Was ist denn los, mein Schatz? Was? 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 Das. 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 Ja, 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 ja. Oh, zumal ein bisschen. Ich merke schon. Schlag doch ihn da, nicht mich! Hallo, du bist so ein Asti! Ja, du kannst dich verteidigen! Ich lau vor ihm weg und hau mir ein paar Pillen in die Fressluke. Das ist doch keine... Das ist so unfair. Ich bin extra... Ich bin direkt auf den Zug gerannt, weil ich wusste, dass ich keine Chance hatte. Streb mich! Weißt du, der eine lockt dir gar die Beine zu mir und der andere klaut mir die Leiche. Und, Max, was denkst du? Ich finde, er hört sich übert an wie Kiesho. Du musst die Letzte sein, das ist immer die Letzte. Ja, ja. Das ist ja gar nichts. Das ist ja voll dark. Das... Der klingt ja echt wie ich! Ich dachte grad für die ersten Sekunden... Jetzt hast du recht! Ich dachte grad für die ersten Sekunden, du hast echt ein Video von mir angemacht! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Wie geil ist das denn? Hä? Ich liebe den Typen, Mann! Ey, die fällt das erst jetzt auf! Nee, 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 du bist Kiesho, jetzt einfach nur als kleiner YouTuber verkleidet. Kannst du mich pushen? Das war so ein riesiges Sozialdetekt-Programm. Jetzt hab ich einen Klick bei den Titel! Dann kannst du... Wollte ich grad sagen? Jaaa! Ich hab doch aber auch dir schon öfters gesagt, dass du dich anders wie Kiesho! Ja, aber da kann ich's nicht glauben, ich hab mit dem Vergleich nicht gehört. Aber... 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 Ja, aber ich kann's sagen, Kiesho am Wood bestellen! Spiel auf Konsole! Alle Leute, Leute, Yakuzy hat auch einen Kanal, vielleicht schaut ihr da mal vorbei und... Ich... Ich krieg nicht das Image-Problem, sondern Kiesho! Ja, stimmt! Ja, Kiesho hat auch einen Kanal, Leute! Ich hab einfach jeden Tag Bock aufs Schneiden, oder? Und schick ich dir meine... Solltest du... Solltest du Friseur werden? Pfff... Den schneid ich rein, Alter! Der war doch schlechter als mein Witz von... Von The Forest Side 2, Alter! Meinst du das gesamte Video? Oh, der war hart. Der war hart, wasi! Tut mir jetzt schon wieder leid, dass ich das gesagt habe. Oh, wenn man aufwachen direkt im Ding Gewalt will... Ja... Haha... Was zur verfickten Hölle? Oula, was? Der schießt mich mit Feuer! Der schießt mich mit Feuer! Der schießt mich mit Feuer! Feuer, Benniger! Ich fühl mich halt wirklich so, als würde ich mit Kiesho spielen, ne? Seh ich mich auch... Es ist halt wirklich schon so ein Traum gewesen von mir... Scheiße, endlich mal... Traum in Erfüllung... Jetzt hast du hier Kiesho Fisch bestellt! Ja, endlich hast du hier die... ...Rip-Off-Version! Die korrekte Version! Weißt du, es gibt ja einmal Coca-Cola und du bist einfach die Afri-Cola!